Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute bringen wir mal die gewisse Würze in einen Bass-Sound rein. Der Trick funktioniert aber auch bei anderen Instrumenten, wie zum Beispiel Vocal, Synthesizer und Gitarren. Ach komm, wir gucken mal rein. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute wollen wir uns tatsächlich mal einem gewissen gewürzten Sound, nenne ich das mal, zuwenden. Ich hab neulich im Auto gesessen, hab einen Bass-Sound gehört und hab gedacht, wie haben die diesen Sound hingekriegt? Das klingt wirklich ziemlich cool, aber wie haben die den hingekriegt? Und dann bin ich nach Hause gefahren, hab den Bass mal aufgenommen ungefähr, wie ich gedacht habe, dass er so klingen muss und hab dann versucht mit Plugins irgendwie rumzuschrauben, irgendwie Equalizer und hast du nicht gesehen, bis ich nochmal genau drauf gehört habe und der Trick war nicht irgendein Wunder-Plugin, sondern eher das Arrangement und die Produktion, also wie sie es aufgenommen haben. Und wie das genau gewesen ist, welcher Trick das gewesen ist, das zeige ich dir gleich in der Session. Das Tolle ist, das klappt halt nicht nur bei Bass, wie ich dir das gleich, also ich zeige es ja am Beispiel Bass, aber das klappt halt nicht nur beim Bass, sondern es ist so schön subtil, dass man es auch bei Gitarren, Synthesisern und vor allem auch Vocals ziemlich geil einsetzen kann. Also es lohnt sich gleich reinzuschauen und falls du auch einen Spezial-Trick hast, wie du deine Sounds interessanter machst, dann schreib es uns unten auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich bin immer sehr wissbegierig, was ihr so für Tricks drauf habt, um eure Sounds ein bisschen interessanter zu gestalten und vielleicht auch ein bisschen Spannung ins Arrangement reinzuzaubern, indem man einfach einen Sound bringt, der wirklich so abgefahren cool klingt, dass man nicht weiß, ob der von hier kommt oder von einer anderen Welt, wie John Lennon damals gesagt hat, ich möchte, dass meine Stimme klingt, als wenn sie vom Mond schallt. Ja, das war meine Aufgabe. Am Ende des Tages haben sie das Mikro, glaube ich, durch Leslie geschickt. Aber genug, der Dönick ist an der Seite. Schreib es uns unten, also gerne rein. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Also zeig es mir mit einem Daumen nach oben und wenn dir das nicht gefällt, dann zeig es mir mit zweimal klicken auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und verpasst gleich nicht nach der Session noch die Frage der Woche, denn da geht es heute um Raumakustik. Aber jetzt schauen wir erst mal rein, wie ich das gemacht habe. Also los geht's. So, dann sind wir in der Session und wir hören mal rein, was ich hier habe. Ich habe im Prinzip hier nur einen Bass und eine Bass-Jump, die vor sich hinspielen, aber du wirst relativ zügig erkennen, um welchen Song es sich hier handelt. Und in erster Linie ging es mir darum, mal diesen Bass-Sound ein bisschen interessanter zu gestalten. Der klingt schon ganz gut, aber ich habe dann einfach mit einer E-Gitarre das Ganze nochmal gedoppelt, auch Single-Notes gespielt, gleiches Tempo, alles gleich und habe versucht, möglichst genau auf den Bass draufzuspielen. Dabei ist das hier dabei rausgekommen. Mach es mal an. Und ich habe hier keine Plug-Ins drauf, ich habe hier alles offen, hier ist nicht ein einziges Plug-In aktiviert. Und es klingt sofort, der Bass klingt sofort interessanter, ein bisschen knackiger vorne durch die Gitarre und so weiter. Aber das war es noch nicht, was ich gesucht habe. Also habe ich ja, wie gesagt, nochmal drauf gehört auf das Original. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es kein einziges Plug-In war, sondern dass es diese Spur, die ich jetzt hier aktiviert habe, dass es die war. Und ich habe die genannt, kann man hier im Mixer sehen, ich habe die genannt, Gitarre Double Quint. Und Quint ist im Prinzip der Hinweis darauf, was diese Spur tatsächlich macht. Denn ich habe mit der Gitarre ja eigentlich mit Single-Notes den Bass gedoppelt und habe dann eine zweite Gitarre eingespielt, die genau eine Quinte höher gespielt hat, als der Grundton, den ich hier gespielt habe. Also alle Töne, die ich auf der Gitarre gespielt habe, um den Bass zu doppeln, habe ich nochmal eine Quinte höher. Eine Quinte sind genau sieben Halbtöne und die Gitarristen unter euch werden das kennen. Das heißt, wenn man den Grundton greift und dann eine Quinte höher, dann kriegt man diesen berühmten Powerchord, mit dem im Rock'n'Roll und im harten Rock immer gespielt wird. Und diese Quinte, die macht das Gewisse etwas aus. Aber nicht volle Pulle vorne reingemischt, sondern ganz subtil drunter geschoben. Ich mache das mal an und wir hören mal von vorne, mal gucken. Klingt cool, ne? Ich nehme es mal weg. Wieder an. Es ist diese Spur hier, ich zeige es nochmal. Zusammen mit der anderen. Und jetzt den Bass dazu. Bassdrum. Der Bass kriegt das gewisse Etwas und dieser Trick funktioniert wunderbar auch bei allen anderen Instrumenten, auch bei Vocals und E-Gitarren, wenn man da Single-Note-Lines hat oder sonst was irgendwie. Und die Vocals sind ja sowieso ein monophones Instrument. Das heißt, wenn du da ganz subtil eine Quinte, also sieben Halbtöne höher, sieben Halbtöne höher, wenn du das da ganz leicht, also sauber doppelst natürlich und dann sauber leicht drunter legst, dann bist du auf jeden Fall an der Sonne. Wenn dir das schwer fällt, eine Quinte höher zu singen oder das sauber zu doppeln oder so, es gibt natürlich auch einen Trick, wenn man das nicht einspielt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern man kann so eine Spur auch einfach nochmal duplizieren. Ich mache das mal hier in Studio One. Wir duplizieren das einfach mal, gehen hier auf Spur, vollständig duplizieren. Das ist dieser Punkt, wenn ich mit rechts auf die Spur klicke. Dann habe ich die gleiche Spur, kriege ich nochmal. Das heißt, die spielt erstmal das genau identische Zeug. Und jetzt könnte man hier bei den Plugins in dieser Spur, in der Gitarre Double 2, die jetzt hier gerade aufgegangen ist, könnte man jetzt ein Pitch-Plugin reinladen. Bei Logic ist das zum Beispiel ein Pitch, also mit dem man die Stimmung verändern kann. Und wenn man den Effekt auf 100% dreht und dann sieben Halbtöne höher einstellt, dann kriegt man genau diesen Effekt. Studio One hat diesen Effekt nicht als Plugin eingebaut, sondern wenn man das Event hier anklickt mit der linken Maustatte, dann geht da, wo jetzt mein Bild zu sehen ist, aber ich zoome mal rein, dann geht hier dieser Inspektor hier los, auf der linken Seite. Oder man drückt halt I für den Inspektor. Und da kann man hier Transponieren auswählen an dieser Stelle. Und wenn ich hier sieben Halbtöne höher eingebe und mal wieder rauszoome und diese Spur Solo abspiele, dann hörst du, dass die genau das gleiche spielt wie meine. Das ist meine gedoppelte Spur. Das ist die Spur, die ich jetzt hoch transponiert habe. Sieben Halbtöne. Und die kann ich jetzt genauso subtil dazu mischen und den gleichen Effekt erzielen. Ich mache mal das Solo aus, nehme meine Spur raus und mische das mal hier dazu. Mal gucken. So ist überlaut. Und die ist dadurch, dass ich die dupliziert habe, noch ein kleines bisschen exakter auf der E-Gitarre drauf, die ich zum Doppeln vom Bass genommen habe. Also super Trick, super easy umzusetzen. Und mit dem Transponieren geht es selbst bei Vocals ganz easy, bei Synthesizern, bei Bass, bei E-Gitarre. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also viel Spaß beim Ausprobieren und macht eure Songs und Sounds auf jeden Fall interessanter damit. Und wir gehen wieder rüber. Also ich finde es manchmal schon wirklich faszinierend, wie man mit solchen kleinen Dingen dafür sorgen kann und vor allem im fast nicht hörbaren Bereich dafür sorgen kann, dass Sachen interessanter klingen und spannender sind und den Song einfach insgesamt aufwerten. Also so eine Quint. Ich werde es demnächst auf jeden Fall mal bei Vocals auch noch probieren, weil das wird bestimmt einen coolen Effekt haben auf die Vocals. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Percy. Und Percy fragt, hallo, ich wollte einmal nach Rat bzw. Verbesserungsvorschlägen fragen, wenn es um Aufnahmen von Vocals geht. Im Anhang schicke ich eine Hörprobe. Eventuell merkt man hier schon, was ich verbessern kann. Bin mit meinen Aufnahmen nicht zufrieden. Ich benutze auch das Rode NT1A. Nur der Unterschied ist, bei deinen Aufnahmen hört es sich alles so klar an. Schicke auch ein Video von unserem Studio, wo wir aufnehmen. Liebe Grüße, Percy Allen. Lieber Percy, vielen Dank schon mal, dass du mir geschrieben hast. Wenn du vielleicht draußen noch eine Frage haben solltest an mich, dann schreib mir gerne eine E-Mail an jonasatrecording-blog.com. Und zu deiner Frage, Percy, wir hören erstmal in dein Hörbeispiel rein. Mal gucken, was du mir geschickt hast. Okay, und wir schauen auch nochmal in das Video von deinem Studio rein. Du hast mir nämlich ein ziemlich cooles Video geschickt, mit dem Handy aufgenommen. Und gucken wir da mal kurz rein. Ich habe es gerade bei der Aufnahme schon gehört. Vielleicht ist es dir ja auch schon aufgefallen, Percy. Oder vielleicht dir, lieben Recording-Blog-Familien-Mitglied. Auch tolles Ding, ne? Recording-Blog-Familien-Mitglied. Also vielleicht ist es dir schon beim Hören aufgefallen. Der Nachhall in eurem Raum, wo ihr aufnehmt, ist schon relativ lang. Und im Video kann man es auch sehen. Ihr habt ein wirklich wunderschönes Studio. Tolle Beleuchtung, irgendwie zwei Arbeitsplätze. Also sieht wirklich super aus. Einziges Problem, euer Studio ist zum ersten quadratisch. Und zweitens sind die Wände nackt und der Boden und die Decke, so wie ich das gesehen habe, auch. Das heißt, wenn ihr eine Aufnahme macht in dem Raum und der Sänger oder der Rapper in dem Fall steht vor dem Mikrofon, dann regt der den Raum an und schickt seinen Schall ja nicht nur zum Mikro, wo es absorbiert wird, sondern der Schall geht ja im ganzen Raum drumherum. Und je glatter die Wände sind, umso länger kann der Hall hin und her springen und Nachhall produzieren. Das heißt, die Aufnahmen sind nicht kurz und knackig. Sondern wirken eher verwaschen. Und da gibt es ein relativ leichtes, probates Mittel gegen. Es gibt natürlich Akustikelemente, die man an die Wände machen kann. Von 10 Euro bis 1000 Euro ist alles drin. Wenn ich dir dieses Studio mal zeige, in dem ich sitze, mein kleiner Raum, der ist wirklich nicht viel größer als das, was ihr, glaube ich, da habt. Und meine Wände wären auch glatt. Wenn ich nicht dafür gesorgt habe, hätte das eine ganze Menge einfach an den Wänden hängt. Ich habe hier ein Riesenregal an der Wand. Ich habe hier ein Schlagzeug im Raum stehen. Ich habe die ganzen Wände voll mit Gitarren und Zeugs und Gedöns und so weiter. Also ganz viele Möglichkeiten, wo sich der Schal brechen kann. Dann habe ich zudem noch keine Akustikdecke, aber ich habe hier oben unter der Decke dicken Noppenschaum. Der ist sehr dick und sehr noppig. Das sorgt dafür, dass vor allem nicht nur die Höhen bedämpft werden und gebrochen werden hier in diesem Raum, sondern dass vor allem auch die mittleren Frequenzen, die auch sehr lange nachklingen können, dass die auch bedämpft sind. Ich habe da noch einen Teppich am Boden. Das heißt, verschiedenste Maßnahmen, die man im Prinzip relativ einfach realisieren kann. Regal an der Wand, dann ein bisschen Schaumstoff unter die Decke, nicht so viel, sonst wird der Raum zu mumpfig. Teppich auf dem Boden. Und wenn man solche Maßnahmen nimmt, dann ist der Raum vielleicht nicht mehr ganz so schön und so klinisch wie euer Studio. Das sieht nämlich wirklich super aus, aber ist zumindest akustisch so weit optimiert, dass man darin eine trockene Vocalaufnahme machen kann. Zum Zweiten habe ich gesehen, du schreibst ja, dass meine Aufnahmen klarer sind als deine oder die für dich so wirken. Ihr habt in der Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe, schon Schaumstoff an die Wand gemacht, was schon mal gut ist und habt dann da das Mikro hingestellt, weil das eure Aufnahmeposition ist. Das Problem ist nur, wenn man die Aufnahmen in der Ecke von einem Raum macht, speziell wenn er quadratisch ist, dann fangen sich in diesen Ecken die Bassfrequenzen, die in diesem Raum eine bestimmte Raummode bilden. Eine Raummode ist im Prinzip, dass die Wellen, die Schallwellen, die wir ausstoßen, durch den Raum hin und her springen und so weiter. Und die Bassfrequenzen haben ja eine etwas längere Wellenlänge. Und wenn sich diese jetzt an verschiedenen Stellen überlagern, dann addieren die sich und dann wirkt der Bass doppelt so laut, obwohl er gar nicht doppelt so laut ist, genau an dieser Stelle. Und das kann auch in der Ecke bei euch sein, dass also gerade in diesem tieferen Bassbereich, selbst wenn die in der Stimme nicht so präsent sind, diese Frequenzen, dass die da trotzdem eingefangen werden und speziell vom Mikro aufgefangen werden. Das heißt, da der Tipp, geht vielleicht ein bisschen weiter noch aus der Ecke raus oder guckt mal, ob ihr euch einen Reflektionsschirm besorgt und damit mal experimentiert, ob das denn besser wird. Aber auf jeden Fall aus der Ecke rausgehen beim Aufnehmen. Lieber mitten im Raum stehen und den Raum ein bisschen bedämpfen, dass er im Nachhall nicht so kräftig ist. Denn speziell der Nachhall ist ein Problem bei solchen Aufnahmen, gerade bei Rap-Vocals, wo man ja heutzutage einen trockenen Sound haben will, aber zum anderen auch mit vielen Kompressoren und am Ende vielleicht sogar einem Limiter dafür sorgt, dass der Sound in der Dynamik sehr beschränkt ist und sehr eng ist, man holt durch diese vielen Kompressoren einfach die leisen Anteile im Signal nach vorne. Und das sind halt die Raumanteile. Das heißt, je mehr Kompression du drauf gibst auf das Signal, umso lauter wird der Raumanteil. Und wenn der Raum nicht gedämpft ist, dann wirkt das Signal dadurch nasser und eben nicht mehr so knackig. Also, das sind meine Tipps zur Optimierung der Raumakustik und zur Optimierung vor allem der Aufnahmeposition bei euch in der Ecke mit den Vocals. Und wenn du da draußen auch einen Tipp hast, wie du deinen Raum optimiert hast mit einfachsten Mitteln im Idealfall, denn bei Akustikelementen geht es ja wie gesagt von 10 Euro bis 10.000 Euro ist ja alles drin, dann schreib es mir doch mal unten in die Kommentare, schreib es uns unten in die Kommentare und wenn du magst und ein Foto posten willst, dann geh einfach mal zu Facebook auf meine Seite, da gibt es die Recording-Blog-Gruppe, ich verlinke die unten auch mal in der Videobeschreibung, dann kannst du dich anmelden und dann mache ich gleich einen Post und stelle, glaube ich, mal zwei, drei Fotos hier aus meinem Studio da rein und wenn du magst, schick doch mal dann ein Foto von deinem Studio, wie du es optimiert hast und wie du es vor allem gemacht hast und vielleicht auch, was sich das ungefähr gekostet hat, um eine einigermaßen adäquate Geschichte da im Heimstudio hinzukriegen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Beiträge, auch auf die Inspirationen, die da vielleicht auch für mich interessant sein können, denn das ist ja hier, der Recording-Blog ist ja keine Einbahnstraße, wir befruchten uns ja gegenseitig und deswegen finde ich das ja so grandios. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, habe ich ja heute schon mal gesagt, lass dich weg, komm. Aber wenn du noch nicht abonniert haben solltest, dann ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, jetzt eben auf Abonnieren zu klicken, vergiss nicht die Glocke daneben, dann kriegst du noch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt oder wenn ich mal live streame und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Video. Nein, wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir vom Kut nur das Beste, mach's gut und jassu.